Leute, wollen wir mal wieder mein Bücherregal umstellen? Eigentlich hab ich da gar keinen Bock drauf. Es sieht so schlimm aus, es ist so unaufgeräumt. Aber ich hab grad irgendwie so einen Schwung an Energie. Der ist in zwei Minuten vorbei und dann werde ich mich dafür hassen. Anyways, ich weiß ja, was ich mach das jetzt. Ich hör bis zum Gummisches Zack und dann wird das. Es sieht einfach so schlimm aus. Das ist das Vorher und es sieht einfach aus wie von jemandem, der sein Leben nicht unter Kontrolle hat. Ah, Fingerhage. Mann, es geht schon so gut los. Hey, nach was so tief ist das überhaupt? Das ist voll dumm, ich geh hier mit keinem Plan ran. Okay, Farbe wär cool. Wir machen Farbe. Farbe wird anstrengend, aber Farbe ist cool. Okay, wir machen schwarz, das ist schwarz. Ich weiß, wie wir das machen. Ich hab alles in Kontrolle, alles gut, Leute. Zwischenstand. So, die Jacke ist aus, denn mir ist warm. Aber weiter geht's. Was brauchen wir? Was haben wir? Was brauchen wir? Zu diesem Zeitpunkt hatte ich offensichtlich schon zu viel gemischtes Hack gehört, denn ich wüsste keinen anderen Grund, warum ich Berlin an sollte, obwohl ich aus Hamburg komme. Grün. Schmühn. Dit. Wisst ihr, das ist schon wieder, was ist das für eine Farbe? Was soll das für eine Farbe sein? Blau, oder was? Blau am Arsch. Mann. Dann nehmen wir jetzt. Ja, wie soll ich denn von Grün auf eine andere Farbe kommen? Blau hab ich schon. Gelb, oder was? Ja, machen wir gelb. Machen wir gelb jetzt. Gut. Sorry, ich werd ein bisschen aggressiv bei sowas. Weil es mich ein bisschen nervt, weil es schon wieder alles nicht funktioniert, wie ich will. Nehmen wir gelb. Dit is gold, dit is auch gold, gold is gelb. Oh, das gelb. Dit is gelb. Das beschreibt einfach mein Leben. Hier hab ich nochmal versucht, so ein Aesthetic Girl zu sein. Ich schwitze und ich kann nicht mehr, aber ich bin fertig. Wow. Hier nochmal der Versuch. Also irgendwie dachte ich so, schöne Kamerafahrten und so, aber es liegt mir anscheinend nicht. Anyways, was sagen wir zum Outcome? Wie findet ihr es? Seid ihr Fan von noch Farben sortieren? Schreibt's in die Kommis. Ich sch packe's. Ich disse ins